Hallo ihr Leute, hallo, mit Frau Rode, ich tauche weg, ich tauche in der Blühn, da sieht man mich nicht mehr. Ja, ich hab doch tatsächlich gehört, dass mein Fräulein schon, mein Herrscher, die haben erzählt gestern, ja, das sind die, 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 draußen bis ich alles fertig mache, für die Lappöle aufzustellen, die Wolle der Lappöle wieder aufstelle. So ein Quatsch, die sollen das Ding in der Kiesklasse, ja, ich mag das Ding nicht so. Welche, da rucke die mich immer hin und sagen, oh, dann guck mal, wie schön der schwimmen kann. So ein Käse, ich mag das nicht, also jetzt verstecke ich mich weg und, und, und dann könntet ihr aufbauen, was sie wollen. Blöd ist nur, der steht dann den ganzen Sommer, ja, und den ganzen Sommer kann ich nicht wegtauchen, also dann muss ich mir noch was infallen lassen. Na ja, ich sag euch, es schät, wenn mir was ihnen gefallen ist, ne? Jo, bis dann, tschüss, euer Merlin.